Notstromfähigkeit ist dieser Tage gerade in den sozialen Medien ein großes Thema. Wir werden auch oft gefragt, ob unsere Photovoltaikanlage denn Strom liefert, wenn das Netz nicht da ist. Ja, und ob das so ist oder wie wir uns sonst mit Strom im Falle des Falles versorgen, darüber berichten wir in diesem Video. Und damit Moin Moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Wie liefert meine Photovoltaik auch im Falle des Stromausfalls noch Energie für mein Haus? Das ist die häufig gestellte Frage, die wir hören. Ja, die kann man so pauschal nicht beantworten. Es gibt auch verschiedene Systeme. Es gibt ganz normale, netzgekoppelte Photovoltaikanlagen. Wenn der Stromnetz weg ist, dann ist auch die Photovoltaikanlage aus, dann kommt nichts mehr vom Dach. Weil diese Wechselrichter brauchen das 50 Hertz Signal aus dem Netz. Und wenn das weg ist oder zu niedrig oder zu hoch, dann schalten die automatisch ab. Es gibt aber auch Systeme, die haben sogenannte Ersatz- oder Notstromfähigkeiten. Da müssen wir unterscheiden. Ersatzstrom bedeutet, dass das Haus quasi auf allen drei Phasen weiter versorgt wird, auch wenn das Netz weg ist. Und Notstrom bedeutet, da hat man meistens am Wechselrichter vom Speicher eine Steckdose. Und da kann man dann Verlängerungssteckdose oder sonst was reinstecken. Und da kann man dann Geräte noch mit betreiben. Die werden dann quasi aus dem Speicher weiter bedient. Ja, und was ist, wenn der Speicher leer ist? Dann gibt es wieder Systeme, die können das Hausnetz vom Stromnetz abkoppeln. Das heißt, sie schalten auf Inselbetrieb um und können dann von der Photovoltaik vom Dach den Strom wieder in den Speicher laden tagsüber. Und dann kann man abends den Speicher wieder entladen. Genauso, als wenn das Netz noch da wäre. Dafür aber, wie gesagt, ist diese Inselfunktion notwendig. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist die Photovoltaikanlage auch aus, solange das Stromnetz nicht da ist. Das heißt, in diesem Fall kann man nur einmal den Speicher leer machen. Und wenn der Speicher leer ist, wird er auch nicht wieder gefüllt. Ja, das sind die kleinen Unterschiede. Und wie ist es jetzt bei unserer Photovoltaikanlage? Ja, die hat nichts von beidem. Sondern, wenn der Stromnetz weg ist, dann ist auch die komplette Photovoltaikanlage tot. Dann kommt weder was aus dem Speicher, noch vom Dach. Ja, und welches System was kann? Da haben wir eine Liste im Internet gefunden. Die verlinken wir euch mal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr genau reingucken. Ist das System notstromfähig? Ist es ersatzstromfähig? Und kann es auf Inselbetrieb umschalten oder nicht? Ja, und was ist jetzt mit unserer Photovoltaikanlage? Was kann die? Die kann nichts von all dem. Das heißt, wenn das Stromnetz weg ist, dann haben wir auch hier kein Strom mehr. Auch wenn noch Strom im Speicher ist, da kommen wir nicht mehr ran. Das ist einfach so. Ja, und warum haben wir so ein System? Da schauen wir uns doch mal die aktuellen Zahlen an, die die Bundesnetzagentur rausgibt zu Stromausfällen in Deutschland. Und da ist jeder Haushalt im Jahr ungefähr von 15 Minuten Stromausfall betroffen. Und konkret, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, wir leben jetzt seit neun Jahren hier. Da hatten wir einmal einen dreistündigen Stromausfall. Das war tagsüber, da hat der Bagger in der Nachbarschaft irgendwo das Kabel getroffen. Und ja, da habe ich mir ein Buch genommen und habe gelesen. Das war jetzt nicht so dramatisch. Aber großen Stromausfall hatten wir hier noch nie. Und ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass das auch so weiterhin sein wird. Klar, Umweltkatastrophen oder ähnliches, die übrigens laut Bundesnetzagentur auch hauptverantwortlich für die regionalen Stromausfälle sind, können immer vorkommen. Jetzt gerade hier im Norden ist auch viel Schnee fürs Wochenende angesagt. Ja, man weiß nie, was dann passiert. Aber in der Regel über mehrere Tage Stromausfall, davon gehen wir hier eigentlich nicht aus. Und die Bundesnetzagentur sagt auch ganz klar, dass das Stromnetz eigentlich so stabil ist wie nie zuvor. Wir haben zwar sehr viele Eingriffe durch schwankende Erzeugung, aber die Ausfälle sind so gering wie noch nie. Das heißt, wir haben eine Stromnetzsicherheit, die wir noch nie so in der Form gehabt haben, wie sie in den letzten Jahren ist. So, der Netzstrom ist also weg und wir sitzen im Dunkeln. Oder was sind unsere Möglichkeiten? Naja, Ersatzstrom, Notstrom, in der Regel teurer Aufpreis. Dieselgenerator kommt für uns mal gar nicht in Frage. Und wir sitzen also im Dunkeln. Nicht ganz. Ein bisschen Strom haben wir immer auf Reserve. Und um euch das mal zu zeigen, wie wir das machen, dafür war ich eben oben auf dem Dach. So, hier haben wir unser 100-Watt-Modul, das hier direkt auf dem Dach liegt. Hier haben wir die beste Sonne. Und da war halt noch ein Loch, wo wir es schön hinlegen konnten und ballastiert haben. Und das holen wir jetzt mal runter für unser neustes Video. Ich bin also heil wieder vom Dach runtergekommen und hier liegt jetzt unser 100-Watt-Modul. Das hat so die Ausmaße 60 cm mal einen Meter. Und man kann sich vorstellen, das ist ein Drittel von einem Balkonmodul. Ein Balkonmodul hat ja 300 Watt, das hat 100 Watt. Und genauso auch mit der Größe. Ein Balkonmodul wäre 1,80 m mal einen Meter ungefähr. Und hier ein Drittel 60 mal einen Meter. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja, und was gehört zu so einem Modul dazu? Dafür drehen wir es einfach mal um und gucken uns das mal von hinten an. So, das Modul haben wir umgedreht. Gewicht würde ich mal so sagen, 6-7 Kilogramm, so ein 100-Watt-Modul. Ja, und so sieht es von hinten aus. Und hier haben wir halt den Wechselrichter, der aus dem Gleichstrom vom Modul Wechselstrom fürs Netz macht. Plus und Minus haben wir hier auch. Das Ganze geht hier unten weiter in solche sogenannten MC4-Stecker. Da haben wir eine Verlängerung von 5 m herangebaut, weil wir wollen mit dem Modul möglichst mobil und flexibel sein. Ja, ich wickele jetzt nicht die ganzen 5 m hier ab, das müssen wir jetzt nicht haben. Und am Ende von dem Stecker, ich drehe das Modul gerade mal wieder um. So, da haben wir es. Und am Ende vom Modul oder vom Kabel vielmehr haben wir den Stecker hier. So, und der Stecker kommt nicht in die Steckdose, sondern der ist für dieses Gerät hier unten. Und das ist eine sogenannte Powerbank, ein mobiler Stromspeicher mit einer Kapazität von 0,4 Kilowattstunden. Also nicht ganz eine halbe Kilowattstunde. Ja, und den Stecker, den stecken wir einfach hier auf der Seite in die Buchse. Und dann würde, wenn es hell genug ist, das Modul diesen Speicher mit Strom beliefern. Mach mal an. So, da sieht man das schon. Wir haben hier die Kapazität in 5 Balken eingeteilt. Wir haben hier oben einmal die Eingangsleistung. Und dann haben wir hier einmal Ausgang in Gleichstrom und Ausgang in Wechselstrom. Das heißt, hier würde man sehen, wie viel Strom verbraucht man denn aus dem Speicher. Das zeigt er da an. Ja, wofür haben wir uns das Gerät angeschafft? Es ist nicht wirklich für Notstromversorgung im Winter in unserem Haus. Sondern eigentlich haben wir es angeschafft für unsere Initiative BürgerEnergie Norderstedt. Wir haben hier mal ein Video dazu verlinkt, das könnt ihr euch mal ansehen. Und das ist eigentlich zu Präsentationszwecken gedacht. Das heißt, wir wollen auf Ausstellungen, auf Messen, auf Ständen einfach mit dem Gerät hingehen. Die Leute können dieses Photovoltaikmodul mal anfassen, sehen, da kriegt man keinen Schlag von oder so. Das kann man anfassen. Das hat einen Wechselrichter, das hat ein Kabel. Das Kabel geht hier in den Speicher rein. Eigentlich ist das wie eine kleine Photovoltaikanlage. Und das ist einfach, um den Leuten mal zu zeigen, das ist alles kein Hexenwerk. Das kann man alles anfassen. Das wiegt auch keine Tonnen. Dafür haben wir das eigentlich angeschafft. Ja, und nun wäre es natürlich viel zu schade, dieses Gerät nur einmal im Jahr auszupacken, wenn wir irgendwo auf einer Messe sind, was letztes Jahr ja sowieso überhaupt nicht ging. Sondern wir benutzen es halt hier auch als Außensteckdose. Das heißt, im Sommer, wenn wir draußen sitzen, liegt das Modul am Dach, schön in der Sonne. Und wir haben den Speicher mit dem langen Kabel in unserem Pavillon stehen, laden hier Notebooks, Handys, Videokameras für YouTube auf zum Beispiel. Und natürlich auch unsere Pavillon, Außenbeleuchtung abends, die machen wir damit an. Und so hat das Ganze auch einen sinnvollen Nutzen. Ja, das Gerät gibt es in verschiedensten Ausführungen. Da haben wir dann auch die unterschiedlichsten Preisklassen. Psst, das ganze Angebotssgeschenk hat ungefähr 400 Euro gekostet. Aber psst, nicht sagen. Und normalerweise ist dieses Gerät eigentlich für den mobilen Einsatz gedacht, zum Beispiel auf dem Cappingplatz oder Outdoor irgendwo. Dann gibt es auch Faltmodule dazu, die sind dann nicht so sperrig wie das hier. Die kann man dann zusammenfalten, in eine Tasche und in die Ecke stellen. Aber das hier, wie gesagt, ist für Präsentationszwecke, deshalb haben wir uns genau dafür entschieden. Und dieses Gerät hat halt eine Eingangsleistung von 100 Watt, deshalb auch das 100 Watt Modul. Sonst hätten wir vielleicht auch ein größeres genommen. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns doch einfach mal an, was wir hier alles für Möglichkeiten haben. Ja, hier haben wir einmal den Eingang für Solar, wie hier auch dran steht. Dann haben wir hier einmal den normalen Stromanschluss. Das heißt, dieses Gerät können wir auch aus der Steckdose ganz einfach aufladen. Und hier unten haben wir noch eine Besonderheit. Und zwar können wir hier ein Überbrückungskabel anschließen und mit dem Stromspeicher eine Autobatterie antreiben, damit der Anlasser läuft. Ja, wir haben das mal mit einer E-Klasse versucht mit erhalten. Aber ich glaube, die braucht ein bisschen mehr Leistung. Das hat der Speicher hier nicht geschafft. Der Anlasser drehte zwar ein bisschen, aber es hat nicht wirklich gereicht. Dann haben wir hier vorne, wie gesagt, einmal den Eingang. Das ist dann das grüne Licht hier oben. Und dann haben wir hier einmal DC-Ausgang kann man zuschalten, geht das grüne Licht an. Und ganz hier unten kann man den Wechselstrom einmal zuschalten. Dann ist auch jeweils das grüne Licht an. Das heißt, die Ausgänge sind jetzt eingeschaltet. Und dann machen wir die mal wieder aus. So, jetzt haben wir die wieder ausgemacht. Und jetzt haben wir hier noch die verschiedenen Ausgänge. Das ist einmal die 12-Volt-Buchse, die wir schon als Zigarettenanzünder aus dem Auto kennen. Dann haben wir hier noch normale Ausgänge, 3 Ampere. Und hier noch 4 mal USB. Und dann, weshalb wir es überhaupt auch beschafft haben, hier haben wir noch zwei Wechselstrom-Ausgänge mit insgesamt 300 Watt. Das heißt also, einer mit 300 Watt oder beide mit 150 Watt. Maximal können wir mit diesem Gerät hier 300 Watt Ausgangsleistung erzielen. Ja, und was können wir mit 300 Watt betreiben? Also alles, was mit Wärme zu tun hat, fällt eigentlich aus. Wasserkocher, Tauchsieder, Heizlüfter, Föhn. Das sind alles Geschichten. Da reichen 300 Watt nicht für. Staubsauger fällt auch schon weg. Gut, wenn der Strom weg ist, muss ich auch nicht staubsaugen. Dann gibt es wichtigere Dinge. Aber Fernseher, Radios, Lampen können wir damit betreiben. Und wenn wir wollen, sogar unsere Gastherme. Weil die braucht auch nicht mehr als 100 Watt. Und damit könnte man quasi für drei, vier Stunden die Gastherme im Winter auch mal laufen lassen. Was ist wichtig zu beachten? Manche Geräte sind ein bisschen empfindlich. Und dann sollte man gucken, dass dieser Ausgang hier eine saubere Sinuskurve hat. Die günstigeren Geräte, die machen eher so eine berechnete Sinuskurve, die aber ein bisschen zackig ist, nicht sauber. Und diese Geräte hier, ab dieser Preisklasse kann eine saubere Kurve darstellen. Und da kann man wirklich alle Geräte noch mit betreiben. Ja, und dass das wirklich funktioniert, das wollen wir doch jetzt mal uns ansehen. Und dafür gehen wir rüber ins Wohnzimmer. So, jetzt haben wir hier mal ins Wohnzimmer gewechselt zum Praxistest. Hier haben wir unseren Fernseher. Hier haben wir unseren Speicher. Und dann stecken wir jetzt einfach mal den Stecker in den Speicher. Und machen hier unten den Wechselstromausgang an. Und jetzt geht der Fernseher an. Hallo Martin. Das ist übrigens unser Erfolgsvideo. Lohnt sich der Eigenverbrauch? Die Erhöhung mit Speicher. Geht auf die 300.000 Aufrufe zu. Immer fleißig weiter raufklicken. Ja. Und das ist der Beweis. Fernseher läuft. Wir können jetzt hier nochmal gucken. So, und hier unten sieht man dann übrigens auch den Verbrauch. Wir liegen bei ungefähr 100 Watt. Das ist auch das, was für so ein Fernseher angegeben ist. Das ist ein Modell aus dem Jahr 2012. Und der verbraucht 100 Watt. Und mit dem Gerät ungefähr 4 Stunden können wir den Fernseher betreiben. Gut. Und beim Stromausfall der Fernseher das Wichtigste ist. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber das ist der Beweis. Das Ganze funktioniert. Und so können wir auch hier mit Licht, Fernsehen, Radio immer noch zurechtkommen, wenn der Strom mal weg ist. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist eine Vorstellung von dem kleinen Gerät hier. Muss jeder wissen, was er braucht, was er will. Wie gesagt, für uns eigentlich ein anderer Zweck dahinter. Ja. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben dalassen. Abonniert den Kanal. Da unten ist der Knopf. Und Instagram gewaltig nachhaltig. Reinschauen, abonnieren. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Und tschüss.